So und weiter geht Leute, hier ist der nächste Mal von Super Mario World Super Nintendo. Wir sind jetzt gerade dabei, das Schloss zu bekämpfen, also machen wir noch weiter damit. Wir bekämpfen jetzt das Schloss. Ja, 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 schon gewohnt ich. Was? Scheiße, ey, oh ey, du Mistvieh, ah, das darf doch nicht wahr sein. So, Feierrrager, jetzt habe ich Ruhe vor dir, hoffe ich zumindest mal. Alter, ey, oh, meine Güte, Mensch Mario, stell dich doch nicht immer so dämlich an, was ist denn mal los, jetzt zorgst du schon wieder auf, ah, oh, Mann, ey, ah, ja, was, Alter, , na, was würde das für ne Scheint. Ja, uh, habe ich gut gemacht, oder? Geht's aus. Besser, besser, besser anders, komm schon, zack, zack, oh man, das gibt's doch nicht, ist das Scheiße hier, sowas, du mein Leben da noch, ey, 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 komm, 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 komm Du 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 Hörteres ich glaube ich habe es geschafft heute schon aber keine fehler gar nicht so ein mich auch doch wieder ich habe es da aus zu für den kampf der perfekte die immer geschehen oh nein das war schon der richtige das soll denn das jetzt doch nicht das gibt es doch gar nicht ja sie wieder komplett aufbauen gehen das ist ein dummes level ja ja das ist immer schwieriger und schwieriger ja ja das war doch immer noch dieser feuerball in den heftigen muss der man das umso schwieriger was ist ein misstchen mensch und noch mal dabei noch ein leben holen egal als verloren hat die 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 da zack ach ich bin hier so mal moment ja nein die muss die delta auch schon gar nicht mehr mitmachen jawohl Schau! Schau! Ha 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 ha. Ach. Gah. Gah. Gah, Gah. Gah, Gah. Gah! Nein! Gah! das gibt's doch gar nicht jetzt kommen wir schon wieder zurück und alles aufbauen ich werde bekloppt mit diesem level und dass man dann nennt die super mario world genau und ich habe auch gestern im internet gelesen das beste jump and run spiel überhaupt und weder das spiel ein spiel das einen die nerven abreißt mensch da kann ich wieder alles aufbauen ich krieg den kram und wieder das leben zurück und ich verloren und so nummer 1 1 mal da zack auch wenn man eine feder wie perfekt ist dass die dd d 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 DIDIIIIIIIIIIII DII AH! Ey! Was soll das? Was haltet das denn jetzt? Was soll das denn für eine Scheiße? ARGH! Oh, ey. Ich glaube ich Spinne ey. Das geht's doch gar nicht. schon wieder was ist denn los was soll denn ganz ist denn los mit dem gamepad ich denke da reagiert gar nicht was soll ich scheiße denn jetzt brauche ich mich aber nicht wieder aber ich habe ja auch keinen bock in die online und so schwieriger wird es ja jetzt auch ja komm hat jetzt alles keinen sinn mehr wieder aufbauen gehen und noch mal die suche geht dann plötzlich da geht man auf einmal nicht an die stimme was soll denn das das war noch mal auf also dieses schloss da hinten ist es noch ein bisschen aufhalten das ist das ist die die norm ist aber ja kaum leben füder hör auf solle und hier fachsen zu treiben und spiel vernünftig noch mal leben zack 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 so zack wir sind wieder aufgebaut hier ist noch mal richtig ja schon gut beruhig dich ach so jetzt aber verdünftig aha jetzt klappt es so ist das also das ist doch nicht zu fassen 1 A auch 1 A wir kommen auf geht 2 entendeu du 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 h So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter, ey. Ich hab das, ist das ja voll scheiße jetzt wieder. Oh Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Das ist ja eigentlich nicht, das ist extra gemacht, wie hat man mein Ex besser, also wie hat man jemand zu mir gesagt, Spielzeit, es muss Spielzeit haben, darum klappt es nicht mal alles sofort. Damit Spielzeit halt da, wie es programmiert ist, das heißt, dass man hier verliert oder so, ist eigentlich quasi mehr oder weniger extra. Da kann ich mich wieder aufbauen gehen, ey, das finde ich schon seit mir nur an diesem blöden Level, ey. Nicht zu fassen, ey, meine Damen und Herren. Nur weil Mario zu blöd ist, um das zu tun, was ich ihm sage, ey. Nicht zu fassen. Ja, komm, noch ein Leben. Oh, zack, zack. So, jetzt nochmal, ey. Oh, das kann ich mal, aber so lange. Und so einem Level hängen, das ist doch nicht normal, Mensch. So. Ja, komm, sie zu. Und jetzt ordentlich, Mario, ordentlich, Mario. Ne? Jetzt keine Spinnerei, gar nichts. Dann hau ich dir die Fresse so kaputt, dass du Stierst, hast du verstanden. Doch, mach da. Ne, komm, tief mal sind wir nicht so blöd. Nur viel Zeit muss ich sein. Komm, schieß, schieß. Ha, 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 ha. Oh, nein. Oh, Mann, das darf doch nicht, was ist denn da schon wieder für ein Blödsinn von mir gewesen? Oh, gut, dass wir noch eine Fehler parat haben, ey. Wieder Spielzeit. Wieder echt, um damit, weil Spielzeit sein muss. Dass er auch wieder einbrechnet, dass der Mensch, der Spieler sich verrechnen wird. Ja, ja, alles einbrechnet, alles einbrechnet. Ich sag's euch, alles schon hier, ne? Einbrechnet. Weil ich jetzt, wenn ich die Zeit in den Fehler behalten habe, dann hätte das hier dann viel zu gut gelaufen für mich. Also, mussten die natürlich was ummachen. Zack. 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 So, jetzt warten. Ja, komm, bewegen, 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 bewegen. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter, jawohl. Oh, hier bin ich gerade draufgegangen, auf einmal. So. Ah, da, 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 da. Ah, da gibt es noch mal eine Feder. Je, wir haben es wieder geschafft, wir sind wieder dabei. Je, je. Na, komm schon, zack. So, jetzt aber. Jetzt bist du dran, Kollege. Zack, tell me, wo bist du? Hör, zack, so. So, zack. Zack. Oh, oh, Mann, ey. Wo bist du jetzt? Stell, stell. Yeah, geschafft. Yee, hee, 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 hee. Boah, Leute, Mann, na, Mann, na, Mann, na, Mann. Ja, und somit werden wir dann auch diesen Part hier und weiter geht seit dem nächsten Part. Denn jetzt haben wir ja die Hürde quasi geschafft. Ja, deswegen, wir sagen, reich für diesen Part jetzt mal, ne? Voll. Und wenn wir dieses Super Mario World's Nest hier durchhaben, spielen wir noch ein Super Mario World U. Die Wii-Version. Das Auto mal diese Spiele hier, natürlich ein Ticken anders. So, hier wird gespeichert, perfekt. So, jetzt haben wir gespeichert. Ja, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, ich habe ein bisschen sehr viel verloren. Das war auch ein schwieriges Level, ne? Ja, und so. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Gib mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und hinterlasst mir in den Kommentaren. Vielen Dank, bye!